Herr Krützen, herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Was sagen Sie zu Ihrer Wahl und haben Sie damit ehrlich gerechnet so ein klares Ergebnis? Also für uns war klar, dass es spannend wird, dass es sehr knapp Kopf an Kopf geht. Wir hatten sehr viele positive Rückmeldungen beim Tür-zu-Tür-Wahlkampf und auch bei den Ständen. Aber dass es so klar wird, das hätte ich nie gedacht. Das ist schon ein tolles Ergebnis und auch natürlich mit einer gewissen Verpflichtung verbunden. Und ich bin mir dessen Auftakt nicht mehr bewusst, auf jeden Fall. Dass Sie so klar gewonnen haben mit über 55 Prozent, ist ja schon ein tolles Ergebnis, oder? Ja, es ist auf jeden Fall. Also wir haben im Kurs nach 6 Uhr die ersten Wahlergebnisse reinkommen sehen. Und als wir dann gesehen haben, dass wir Elsen gewonnen haben, Kapellen gewonnen haben, also eher konservative Stimme, da haben wir gemerkt, es könnte gut laufen. Das ist nicht so herauskristallisiert, das ist Wahnsinn. Und es ist eine große Verpflichtung, aber ich bin mir der Verpflichtung auch bewusst. Ich wünsche Ihnen für die nächsten Jahre als Bürgermeister hier in Grevenbrook alles Gute. Vielen Dank, Herr Stadjian. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.